Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Erstmal einen schönen Espresso, weil es ist noch sehr früh am Morgen, ich glaube 10.30 Uhr haben wir da jetzt. Wir sind jetzt am Fluthafen, es geht ab nach London. Wir besuchen Bernd Leno bei einem Fulheim-Spiel. Es wirkt, glaube ich, richtig, richtig cool. Wir werden bei einem Spiel dabei sein, wir werden mit Bernd auf dem Straßen sein und, und, und. Vor allem, ich bin auch zum allerersten Mal bei der Premier League. Das ist, glaube ich, richtig cool. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall einen Kommentar da lasst, bis dahin Espresso schmecken lassen. Let's go! So, Freunde, mein erstes Premier League-Spiel bei Bernd Leno an der Draven Cottage. Ihr seht die Stasi vielleicht hinter uns. Wir sind hier in einem Wohngebiet tatsächlich. Und ja, da hinten sind die Rettetemse. Ich bin auf jeden Fall absolut hyped. Ich würde sagen, einen Schal muss ich mir auf jeden Fall noch besorgen. Wir müssen ja hier am Fulheim zum Heimstieg supporten. Mein Tipp für heute ist ein 2-0. Bernd hält die 0, das ist das, auf was es ankommt. Und ja, wir dehnen jetzt ins Stadion. Nehmen euch mit. Let's go! Völlig verrückt. Hier sind jetzt gerade am Destelblock vorbei gelaufen. Das Stadion sieht einfach aus wie ein Bachsteinhaus. Also, ja, ganz, ganz drast. Sehr, sehr cool. Freue mich drauf. Ich hab sowas noch nie gesehen. Das hier sind die Eindäne zu den blöden Stadions. Freunde, ich pass da nicht mal durch. Mikrowitsch, Wilson, Solomon, Palinja, Wilhelm, aber kein Bernd. Freunde, den Bernd verrissen. Home Supporters only! Was für die geile Lippe. Ja. Wir lesen nicht komplett. Komplett neue Tipps. Was für die Rebellion. Wie geht es mit dem Lippe? 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 20 Minuten sind vorbei. Fullhelm, also ehrlich, deutlich besser, 2-0 Führung, Freischussort von Willian und dieser Vinicius, kennt man auch von Coupa, hat es 2-0 gemacht. Bernd, gerade mit einer riesen Parade, hat es 2-1 verhindert, ich bin euch ehrlich, irgendwie Lester, die waren mal Meister, aber wir sind shit. Und wir sind für Lester, aber Bernd hat ihn jetzt. Freunde, ihr hat ihn. Come on! Come on! Come on! Come on! Was ein Spiel, wirklich. Also, 5-3, 2 Elfmeter, heute keine Wadi-Party, weil Bernd einen Elfmeter noch gehalten hat. Ja, Fullhelm war erste Halbzeit ganz klar besser, 3-0 geführt. Zweite Halbzeit war es einfach nur ein wildes Spiel. 5 Tore, also völlig, völlig verrückt. Ja, auf jeden Fall hat eine Menge Spaß gemacht. Echt einmaliges Erlebnis, Premier League-Fußball, cooles Stadion mit Dansby-Tradition. Jetzt geht's zurück. Das Land der Fernsehspazieren. Wir haben das Video mit dem Espresso begonnen. Wir hören es mit einem schönen Espresso auf. Mitten in London, ihr seht hier, was hier überall los ist. 13 Millionen Stadt. War ein Meter, Meter, Meter drei. Super, super, da die Karte. An der Stelle nochmal ein dickes Stand, die schön an Sant'Leno für die Einladung. Lasst auf jeden Fall, wenn euch das Ganze sicher zu fallen hat, einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da und ganz, ganz wichtig, die Schlotte abonnieren. Ich bin raus, bis bald, euer Niki.